will ich ja mal nehmen ois ois oh du hast eigentlich keine schlechte antwort oder wenn dich die eule fragt oder was willst du mal machen? ois wo ist Haus denn noch eurer? ich hab ihm gestern eh gesagt er soll sich mal wieder anhauen und schauen ob er auch auf andere Server gebanzt ist oder ja hab ich ihm auch schon gesagt naja weiß ich er hat keinen bock oder weziehung gemeint oder du scheiß Noob jetzt genau wo wir organisiert sind und jeden zweiten Tag nach Sektor B fliegen oder pflanschend in der Gegend, ich mag nicht gestern hat er eh wieder von seiner Fistfreundin erzählt oder und hat gemeint oder die nervt ihn jetzt schon, ich soll mal wieder vorbeischauen er war noch immer nicht bei ihr er traut sich nicht oder er hat Angst vor dem Teil mhm ja andererseits das musst du verstehen, der hat jetzt auch einige Jahre monogam mit seiner Hand gelebt, also was Neues oh bitte er erzählt mir erst letzte Woche heute dass ihm seine Ex-Freundin wieder eingepflanscht hat oder er wollte eigentlich nur zuhause vorbeimäunt weil er irgendwas abholen wollte, irgendwelche Klamotten und so und Chance oder ja und die hat ihn eingepflanscht oder ja und er konnte natürlich nicht widerstehen, ich meine was ja vollkommen legitim ist aber meinst aber sowas von voll Leute flug erstmal runter du Bastard flansch sie flansch sie flansch sie können wir die Domain nennen oder das wärs flansch sie reload die Deutschen werden es verstehen oder die Österreicher halt glaube ich eher die Biffke werden es ganz sicher verstehen wenn in der Games dann steht dass die Story hingepflanscht ist dann kennen die das ins Biffke schmecken gut hehehe geieieiei geieieieieiei geieieieieieiei geOkay bitte diese synchronisational da aber so um небühe na super Nacht Nacht? ja dann spawn wir mal einen in- a- Orgel Ich weiß es nicht. Ich bin in einem Weißer, es ist finster. Bei mir steht, ich bin Stahngrad gespawnt und ich schaue genau auf den Racetrack. Oh ja, da ist die Scheune, da holen wir uns jetzt ein schöner Endfilter. Oh, ich höre Chopper! Praga Copter, irgendwo Richtung Stahngrad unterwegs. Boah, jetzt ist es finster geworden, willst du mich verarschen? Ja, morgen geht das. Fail Night Vision ist aufgedreht, Alter. Ich sehe trotzdem nichts. Ja, im Wald vielleicht nicht, aber wenn du Openfield bist, ist mit Fail Night Vision genug. Ich glaube, der landet da. Jetzt sind wir oben. Oh, CC550 und ein Meg. Jetzt höre ich ihn auf. Servus. Servus. Welcher Server? Ist gepostet. Okay, der letzte. Für uns Synchro. Mhm. Okay, alles klar. Wo seid ihr gespawnt, beziehungsweise wo... Intro-Witze. Ja, ich glaube, der ist mit Ruhe. Oder es ist die... Nein, das ist Stahngrad die Fire Station, glaube ich. Ich habe Stahngrad die Fire Station. Jake, wo bist du? Shhh. Versuche gerade den Chopper auszumachen, ich renne schon mit der CC550 hin, oder? Ich kann herzlich ihm den Ohr schwenkeln. Ich bin in der Fire Station Mitrovice. Bist du nicht mehr. Jo. 70%... Ich komm mal gleich. Du hast... Nein, das ist der fette Chopper. Und er havert gerade. Ich geh noch schnell an der Atmung, bis gleich. Oh, Scheiß, aber er schaut weg von mir. Oh, eine Akkus-Pobra. Er ist über dem Industrial. XRE-Remix. Wo muss ich drauf schiessen? Auf den Heckrotor, oder? Ja, Heckrotor. Aber genau auf den Heckrotor, oder wo drauf? Ja, ich versuche genau auf den Heckrotor und versuche irgendwo zu schiessen. Das ist alles in der Nähe. Heckrotor getroffen! Komm, 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 komm. Komm, Alter, das kann nicht sein, dass man jetzt 5 Schuss auf den Heckrotor. Ja. 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 Nein, er landet. Flyer kommt zum Chopper. Wo ist er? Oh Scheiße, oh die haben Night Vision, oh Hure. Wo? Er hat gerade am Strand gelandet beim Industrial unten. Ok, komm mal. Ok, jetzt seh ich nichts. Du? Ich hab keine Ahnung, ich lauf da gerade durch den Wald wieder Richtung Stangrath. So, ich wollte gerade runter kommen. Also jetzt ist es wirklich schwarz geworden, jetzt seh ich nichts mehr. Ich renne nicht zum Fire Station. Ok. Chopper fliegt wieder. Ich weiß, ich hab fünf Treffer auf den Heckroso gelandet und hab's jedes Mal raus rauchen sehen. Ich hab keine Ahnung, wie oft du drauf schießen musst, damit es wirklich tot ist, dieses Teil. Ich bin jetzt gleich in der Fire Station. Ja, ich bin in der Kirche. Glaube ich. Jetzt die Tür mit einem watcher... doloroso То. xd Mach auf SD. Willst du mich verarschen... Nein ich wichs mir grad ein oder näh, wonach schauts aus oder... Hä, ich wichs nur trifze. Vor mir! Los, schleicht die Zaus und lock dich ein, Warmer! Pack ihn weg, der Sau! Pack ihn weg! Was ist das hier? Ist der Bedellin von Chopper? Nein, nicht viel rein. Das ist ein anderer Server. Wir sind nicht mehr auf dem einen Fehl-Server. Als gestern habe ich getestet, wenn es Flares geben, es nur drei Flares im Medlauncher. Weißt du, wie in eins? Schießt die Luft? Du musst die am besten dann komplett schnell laufen, und komm zu den Fatschungen, wenn sie runter ist. Das ist so hell! Ich wollte mal die Luft ein bisschen aus Zeiten machen. Also ich habe das für Marco nicht gemacht. Oh Gott! Oh! Der Typ, der DJ Global gerade gekillt hat, das ist der Typ, der den Heli geflogen hat. Okay. Ich habe gerade auf den Heckrotor von einem Heli geschossen. Ich habe gerade auf den Heckrotor von einem Heli geschossen. Ich habe gerade auf den Heckrotor von einem Heli geschossen. Ich verpasse ihm fünf Treffer genau auf den Heckrotor. Und er geht ganz normal runter, steigt aus und fängt darauf nicht zu heißen. Ich komme jetzt in die Freier Station rein. Der Ecke? Ja! Oh, der kommt da! Achso! Flyer! Jeder heizt nicht so gut? Ich habe nur noch sieben Schuss. Ich habe nur noch 20. Ich habe nur noch 20. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Oh, da ist es recht rund ums Irgendwo eine! Ja! Ich habe gerade gemerkt. Und ich... Dicke! Nein, nein, ich sehe Tor! Bandage mich! Kannst du da lassen? Ja, voll! Okay. Passt das? Äh, leg's da irgendwo hin. Genau. Schmeiß da drauf. Du hast verschiedene Vansarten drauf. Copperbeam und Silke. Schaust da an. Passt du schon oben, Jack? Ja. Passt, okay. Ähm, ich... Du kannst nicht drauf gehen. Ich sehe dort gar nichts. Ich sehe nicht, wo die Treppe ist und... Oh, der hat eine Bandage. Steck mich hin. Oder keinen kannst du dir nehmen. Voll! Der Chopper ist irgendwo in meiner Nähe. Der Chopper ist überstehen gerade. Ich sehe ihn hinter der Kirche. Schau... Schau mal her, Flyer. Kannst du auf ihn schießen? Auf seinen Heckrotor von hier? Ja, von hier. Wenn du hier hinstellst, wo ich bin, draußen, siehst du ihn direkt am Kirchenturm vorbei. Versuch, ob du den Heckrotor treffen kannst. Ja. Mit Single Shot. Weil er kann nicht mehr so viel aushalten. Der ist 700 Meter entfernt. Boah, okay, na dann vergiss es. XRE Remix. Genau, XRE Remix. Ja. Da in die Fire Station. 700? Der ist 480 entfernt, Flyer. Mir hat er angezeigt... 100. XRE 480. Ihr seid jetzt in der Fire Station. Bei der Fire Station in Stangrad. Aber es ist wurscht, auf 480 trifft sie mit der Akad überhaupt nicht. Ich habe eine AKS Cobra, die zeigt mir automatisch die Entfernung an und sagt 693 Meter. Nee, das ist in der Uhr nicht, Alter. XRE 476 Meter. MI... Diese MI 17, glaube ich, ist das die... Oder? Hier liegt eine AKM. MI 17 DCT. Wo liegt die AKM? Er haupt der Chopper ab oder er haupt oder nicht? Er haupt nur die ganze Zeit hier. Okay, damit ich weiß, in welche Richtung ich rennen muss, weil bei mir ist Stock finster und... Wenn du von der Fire Station Richtung... Richtung Ding schaust. Ich bin im Wald gespawnt und es ist überall finster. Ich renne. Hey, warte. Hey, ich hab's geschafft nach Stangrad. Ja, das ist sicher Stangrad. Bist du oben, Fly? Ja. Der Remington und sonst nur Max für Waffen, die du nicht brauchen kannst. Die Fire Station habt ihr gelootet, oder? Ja, Flyer jetzt. Also von der Kirche sind's vielleicht 400 Meter zum Chopper. Weil das ja 600 entfernt ist. Naja, das ist keinem Hafen, oder? Er haupt überm Hafen, glaube ich. Oder in der Nähe vom Hafner. Also wenn du von der Fire Station Richtung Kirche schaust, siehst du... Was? Bin wieder unten, hab ich gesagt. Ich schau ins Pub da gerade aus. Vielleicht haben wir da Flares. Gut, behindert gleichfalls. Geht's auch ins Pub? Okay, hier unten gleich links drin ist nix. Ah, oh ja, warte. Gut. Ich hab' nen Ghillie-Suit. Ja, im Pub. Zweimal. Bin auch jetzt im Pub. AC45. Ja, ich auch. Welche Sterne, Alter. WTF? Okay, ich spawn' nicht mehr als Frau. Warum? Ich kann den Ghillie-Suit nicht anziehen. Ah, Zooten, komm rauf! Zooten, komm rauf! Oh, und? Sie prügelt mich. Ich lauf rauf, ich lauf rauf. Ich bin oben. Warte, ich seh' nix. Da ist ne SA. Ich bin jetzt da ganz nach hinten in den letzten Raum gelaufen. Ich hab' die Scorpion genommen. Aber ich seh' nichts. Wir bräuchten ne Flair, verdammt, nochmal. Die Zooten kommen hier gleich rein. Ich bin hinten im letzten Raum. MC-Zin. Okay, Leute, wir machen das anders. Oh, shit. Schießt's dort, wo die Augen sind. Wow! Ich steh' da daneben. WTF? Bis auf die leuchtenden Augen. Kinder. Kommt noch ne Zooten rauf. Oder? Das sind hier nirgendswo Flares. Ja, ich denk's mir auch. Wenn du's nicht willst, oder spawns an jeder Ecke. Ne Zooten, oder bist du das... Ah, Knettel. Ovidl. Was zum Teufel? Auf dem Server wird automatisch angezeigt, wer was ist. Fällt mir grad auf. Ja, fail. Sehr, so. Ihr seid's noch am Server? Ja. Passt. Waaaah! Zugt er schon oben! Okay, jetzt... Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen... Ein bisschen hell. Rotter, ja, hab ich jetzt endlich gefunden. Willst du da rauswerfen? Ja, schmeiß dich auf die Straße. Da irgendwo auf die Kreuzung. Oh, ich bluefe natürlich. Wo soll ich spawnen? Mitroschlitze. Hoffentlich spawne ich bei der Stadt. Seid's in der Stadt? Im Steingrad sind wir nebenan. Ja... Nebenan. Ja... Also für die Website hätte die Pocky wohl nicht... genommen. Das wäre ja nice gewesen. Nice, rot, nice, rot. Was? Im Armeck, das brauche ich unbedingt. Oh, zweimal M5 wundet sich neid, oder? Baut der Marker auf den Ex? Ich schieße mit der AKM grad. Der grüne Mensch ist friendly, das glaub ich nicht. Ich gebe ihm grün, sobald ich ihm begegne, oder? Ich bin jetzt auch wieder gleich bei euch. So, ähm, ich droppe hier nen Ghillie Suit. Machen Sie sich übernehmen? Ja, wenn dann eh nur, check. Ja. Check. Ja, voll, drop. Oder hast du... Hat irgendwie schon den Rucksack? Na gut, nicht. Ok, liegt da. Da... Hat sie eben Papp drin? Nein, in der Kirche. Ok. Prost. Oh, der eine. Ehe. Aber das hat uns doch geändert, oder? Aber das hat uns doch geändert, oder? Deppert, Alter. Wir sollten Richtung Metro laufen, ich weiß gar nicht, wo du hinläufst, Freya. Ja. Ich wollte da noch in das Haus reinschauen. Warte jetzt bitte noch auf mich, weil du auf mich bist. Oh, Zucht, Alter. Da ist seine Mutter, da ist seine Mutter! Und Fly, irgendwas drin. Ah ja, ich nehm jetzt einen Revolver. Uh, ich hab Alice Backfuhm. Eine Zutte kommt grad rauf. Back, wo bist du hin? Hier, ich bin da bei der Flare, wo die ganzen Zutten sind. Ich bin der wandelnde Busch, Alter. In der Map kommt. Ja, und ich blute. Herzlichen Glückwunsch. Aber du hast doch keinen Pinalskin genommen, oder? Wer? Ja. Na, der Chris. Ich meinte, er blutet. Hehehehe. Was? Ich hab jetzt auch Flares. Aber jetzt brauchen wir's glaub ich eh nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, hat einer ne Uhr? Es scheint jetzt wieder ein bisschen heller zu sein, aber ich glaub, sobald du dich im Wald näherst, oder? Also nach Mitrovice. Ja, Mitro Schütze. Ja, Mitro Schütze. Doch mal in die Fire Slash rein. Ich bin hinter Knädel. Yo, 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 checken, please. Ich bin da bei Chris. Okay. Oh, nein, was? O wie Watch. O wie Watch, das ist A. Fünf nach A. Seriously, dann wird's noch dünkler werden, oder? Kann niemand Pinz, aber fuchten? Steht im TS. Aber er war auch nicht im TS. Böse. Ah, okay. Dann werde ich nicht ziehen, oder? Go, go, go! Auf nach Mitrovice! Warte, ich schau noch mal die Fast-Tischen nur. Wozu, Alter, ist ja perfekt. Warte, ich will hier die Axt-Lupen. Kann ich noch mal jemand posten? Ja, warte, ganz kurz. Ist ja gerade Roman jetzt bei uns im Channel? Ja, ja. Er hat sich verirrt. Er hat sich verirrt, oder? Er hat sich verirrt, oder? Danke! Hehehe, Whitelist, oder? Kann sein Face Whitelisten, oder? Aber wo war das Team? Im letzten Server von uns, oder? Okay, passt. Oh, jetzt habe ich endlich geschafft, die Hatchet anzuheben. Oh, Alter, ich habe gerade nur Speedhack-Glitch gehabt, oder? Ich renne durch die... Okay, woher? Wo seid ihr jetzt? Ich renne jetzt mit Chris zum Supermarkt in Mitro. Sagts ihnen bitte nur, wo ich mich einloggen soll. Mitro. Mitro. Kameni, eurer, wenn wir Mitrovice sind. Boah, mal. Was, ihr seid schon durch den Wald durchgelaufen. Jaja, wir sind schon... Wir queren gerade über die Autobahn rüber. Go, 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 go. Also bei Kameni spawnen. What? Mitrovice. Du verarschen, eurer Mitrovice. Achso, achso. Ja. Kameni, wo bist du? Hinter dir. Jetzt sind mich verarschen. Nein, ich sehe nur mit Lachst. Lachst es auf. Oh, Flares. Admin back, punkt, 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 was? Der Admin flange. Gibt's dir irgendein neues Update? Ja, Origins. Musst du updaten. 7.0, 1.7.1 glaub ich. Ja, das hat er ja schon gehabt. Weil ich... Ja, 7.1, 7.1 hab ich. Der Fak, oder? Welcher Hammer-Update? Nein, nein, hab ich alles. Wurscht. Ich glaub, es wird irgendein Problem. Ein deutscher Server, oder was? Ja. Also, deutschsprachig. Hier? Nein, musst du nicht. Hier ist es relativ hell. Also zumindest... Wir sind jetzt noch im Supermarkt. Wir sind im Supermarkt. Okay, komm jetzt rein in den Supermarkt. Na, wurscht jetzt eh nicht. Sowas wie Hort und Horm. Verstehen sie eh nicht. Dorge Dialekt. Aber wie verstehen sie leichter? Okay, jetzt bin sie jetzt. Da bin ich. Da bin ich. Alle im Supermarkt, oder was? Oh, der Scheiß. Alice Pack. Hau ich mich dazu. Glitcht die ganze Zeit weg, oder? Kannst du mal wegbewegen? Ist der Plan, dass wir in Mitlowice bleiben, oder was? Wir müssen uns dort einfach mit Spiel und battleen, oder? Wir können gerne in der Nähe von Mitlowice irgendwas auf. Hat jemand diesen Alice Pack im Eck aufgehoben, oder? Welchen Alice Pack im Eck? Da, hier. Genau in die Richtung, in die du schaust, Chris. Er war gerade da. Alice Pack im Eck. Nicht bei mir. Beim Busch. War gut. Geht's mal raus? Ah, jetzt. Okay, jetzt sehe ich. Okay, nein. Jetzt ist er wieder weggeglitcht. Warte, das ist so ein Fail mit den Rucksäcken in letzter Zeit. Kann ich schauen, ob ich ihn nehmen kann? Das ist echt nötig. Warte. Kann nur nicht durch. Ich sehe ihn immer nur so für eine Millisekunde aufploppen, oder? Ich checke die Rückseite ab. Ja, geh mal raus. Ja, weißt du, ich check. Das ist ein Update. Sie wollten es doch realistischer machen. Rucksäcke ploppen in echt ja auch auf. Ja, und verschwinden. Na siehst du ihn überhaupt feiern, oder? Nein. Hast du das auch nie gehabt? Nein. Dann ist er weg. Okay, wurscht. Also ich kann meinen Rucksack schon... Oh ja, jetzt sehe ich ihn. Okay. Jetzt hab ich ihn. Weil es ist... Aber du musst der Auserwählte sein, wenn du den Rucksack aufhängig willst. Du musst der Hubserwählte sein. Übrigens. OkiUhr.net Hier liegt aber noch einer. Hier liegt noch ein Trackbackback. Heute. Trackbackback hier. Drinnen. Noch. Im selben Raum. Ja, toll. Und ich bin schon fast bei der Police Station. Achja. Sicher nicht. Ich bin hinter dir. Ja. Ich sag da auch nur Fast-Warner. Oder was soll ich mit Stinze so? Mit Stinze soll ich spawnen. Ja. Vor dem Stinze im selben Raum. Was ist mit den... Was ist mit den Zutten? Irgendwie haben die überhaupt keinen Agro auf irgendwen. Ja, dann rennt er aufrecht. Ich bin jetzt vorhin aufrecht aus dem Ding rausgelaufen. Aus dem Supermarkt. Sie stehen nur rum und schauen ur-fähl in die Gegend. Ich stehe nicht so mal eine. Da rennt ein Spieler. Das bin ich. Im Wald? Nein. Wo, 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 wo? Er rennt gerade beim Industrial vorbei. Mit meiner Mutter. Passt, ich komme schon. Ich renne schon hier. Er rennt Richtung Schule. Ich bin irgendwo im Wald gespawnt. Dann renne ich ihm entgegen von der anderen Seite, oder? Bergauf oder Bergab laufen? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht mehr. Nein, nein, nein. Er ist beim Industrial abgebogen. Er ist beim Industrial Richtung Wald abgebogen. Du hast doch eine Karte, oder? Ja, wo nicht. Ja, auf der Karte gibt es keinen Bergab, Bergab. Nein, aber ist rundherum Wald. Um... Mitro? Ja, ja, Mitrovize ist komplett. Von Wald entgegen. Okay, weil da... Vor mir ist jetzt so ein Turm. Können Sie den sehen? Ich sehe den Typen. Wo? Dann heiz er um. Warte. Wir sind zu zweit. Wo? Vor der Schule bei dem Panzer. Sie wollen zum Industrie, glaube ich. Beim Panzer, da bin ich mit seiner Mutter. Ja, das sind wir zwei. Nein, nein. Der Typ hat ja ein Jackett und ein Baseball Cap auf. Ja, dann komme ich mal zu euch. Ich sehe Knädel mit Poviddle, ja. Du läufst auf mich grad zu. Äh. Ja, wo habt ihr dann den... Wo hat Jack dann den Typen gesagt? Er ist beim Industrial abgebogen. Er ist an der Schule vorbei gelaufen, und beim Industrial dann weiter. Und租. Dann beginnen wir mit der Szenweiss. Unten 3-6-6-6-6-6-7-7-8-9-6-8-6-7-8-8-9-6-6-6-7-5-6. Da hat wahrscheinlich die Halle da vorne geöffnet, oder? Vor mir ist Meer, das heißt ich bin falsch, oder? Lauft ihr da draußen? Dann renn mal vom Meer weg. Ja eh, aber einfach grad wieder rauf oder entlang des Meeres? Ist das überhaupt Meer? Du hast schon rennen Richtung Meer, Meer ist immer noch besser als weniger. Boah, der war super! Schau, schau, schau. Ich bin jetzt da bei diesem Ton, also... Da hinten hat sich ausgelobt, heiz schnell hin! Wo? An der Mauer, er ist an der Mauer, er legt sich gleich hin und gleich ist er weg. Heiz auf ihn! Vor mir ist eine Start, ich nehm mal an, ich bin richtig. Ja, das kann man verliessen. Das sind so riesige, so riesige Gefreude, mit so vielen Fenstern. Gut, und ich höre Leute... Jawohl! Ja! Ich hab den ja sicher, der wollte sich ausdrucken. Wo seid ihr? Ah, zur Mitroschlitze, ey. Wo an der Mauer war der Schemekiel bei der Tankstelle? Dort wo die blauen Hallen sind, am Eck. Wo seid ihr? Ja, hinten bei der Tankstelle schätze ich mal, ja. Ohhhh! What the fuck, da sind's? Keine Ahnung, acht oder mehr Spitzhacken. Wo seid ihr? Ich hab keine... Blaue Halle. Ich bin jetzt an der Straße. Was ist... Wo ist blaue Halle? Ich seh alles schon zu weiß. Aber du weißt doch wie die blauen Hallen aussehen. Nein, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht wo sie sind. Dann kann ich die... Drinnen, Przemek, oder draußen noch? Drinnen. Ah, drinnen hat er sich ausgelockt, okay. Ich bin jetzt an einer... An einer... An einer Hauptstraße. Hat er irgendwas zum Looten? Ich bin auch an der Hauptstraße. Hat er AK-Max? Oh, da brennt es halt brandisch. Ah, da riecht es halt brand, das ist das. Wo bist du bei der Hauptstraße? Ich hab keine Ahnung. Ich bin gut einfach beim Wald und Hauptstraße. Zu Mittomitze. Ah, okay. Das ist der Berg. Gut, ich wusste richtig. Ich laufe auf der Tankstelle. Wo ist die Tankstelle? Wo ist die Tankstelle? Da ist eine Mauer auf der anderen Seite der Mauer. Wo ist die Tankstelle? Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Ich bin jetzt da auf der offenen Straße. Falls du auch bei der Straße sein solltest. Ich bin auch bei der offenen Straße. Alter, wo kommt man da rein? Du musst so laufen, dass du... Also ich... Ich laufe so, dass links der Berg ist und rechts das Meer. Crap Metal, Road Flayer... Ich hab auch... Ich nehme an, es gibt mehrere Hauptstraßen außen vom Dings. Der hat zwei. Aber alle führen... Führen nach Metro. Oh, da wollte er sich ausloggen. Ich sag ich denn so, dass der Berg links ist und die ist nur recht. Ähm, ich seh jetzt vor mir einen Turm. Bin ich jetzt in der Nähe von der Tankstelle? Keine Ahnung. Turm ist Turm, ja. Echt Turm sagt nur gar nichts. Weil... Weil... Ja, okay. Ich glaub... Ich hab... Ja, nicht mal... So, da ist jetzt ein Schranken. Wie scheiß neuerer. Oh, er hat Bandages. Thank God. Oder ich hab schon... Was war denn der Scheiß? Das ist plötzlich... Jetzt bin ich da reingelaufen. Jetzt sehe ich da Hallen. Im Einsatz drin. Kann ich mir seinen Rucksack nehmen? Ich bin jetzt auch... Genau bei der Tankstelle. Wo ist jetzt hier jetzt? Geht's mal kurz weg, dann kann ich... In dem... Komplex daneben. Leute, da kommt ein Silo. Das ist doch gar nicht in der Nähe von W210, oder? Welche ich da gespongen? Mh, in der Halle drinnen. Ja. Also ich muss um die Mauer an der Scheune. Ja. Ich bin bei der Scheune, ja. Und da hat da so Ballen davor, gell? Die Strohballen. Boah, da will mich das Teil verarschen. Ich seh den Air-Respect, dann geh ich näher ran und dann ist er weg, oder? Du musst du vom... von dem Silo weg rennen, dann kommst du. Ja, eben. Wie komm ich da bei der Mauer rein? Das ist mal die Frage. Ja, ich darf nicht. Links rumlaufen. Leute, hört's mal zu, da kommt ein Chopper auf. Ja, der ist voll schuld gewesen. Ich hab schon die... von den Typen, die SA-58... Den kann sich ja schon ein bisschen Schaden anrechnen. Definitiv, sag keinem. Schau, jetzt bin ich beim Schranken und ihr seid's... Vorne rechts, oder? Jawohl, komm, Alter. Dort, wo die Hallen sind, genau. Der hat auch noch ne Mappen, falls ihr es noch mit glaubt. Leute, das sind NPC-Jopper, die fliegen halt über mich drüber. Die kommen jetzt dann nach Mito rein. So ein Crapper, oder? Ich hoffe, sie sehen mich nicht, ich bin hinterm Strohballen. Wer ist da? Wer ist da vor mir? Ich bin hier. Das bin ich. Das sind eh nur die, alle. Das war der DLC-Typ. Hört ihr die Chopper? Ja, die kommen grad zu euch, die fliegen halt über mich drüber. Bei der Schweine vorbei. Ich hör sie nur ganz, ganz leicht. Sie hörst du über Alex, die hörst du über Alex. Nein, ich hör sie auch. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie zu euch in die Stadt. Aber sie mich nicht gesehen, das ist nice. Ich bin bei der anderen Halle. Ja, sie sind tief rein. Also sie fliegen ziemlich dick. Ich seh einen Chopper. Was hab ich euch gesagt? Aber nur... Ich seh nur einen. Die können uns eh weinseln. Ja, die sehen uns jetzt gar nicht. Ja, ich glaub auch die sehen uns nicht. Nur einen Crossbow besser sind. Nur einen Crossbow besser sind nicht. Nur einen Crossbow besser sind nicht. So, habt ihr jetzt schon geschaut, ob man mit dem Crossbow besser ziehen kann? Ja, kannst du das versuchen, ne? Ist genauso, oder was? Wie davor. Eih, Busch. Hat irgendwer noch eine K-Max, oder? Boah, allgemein mal Sachen. Ich hab selber eine AK. Boah, ich hab einen Crossbow mit einem. Hast du gar keinen Mag mehr? Ich hab noch eins, aber ich frag ihn nur. Oh, das ist für eine Scheiße. Ich lauf jetzt zur Firestation hier. Aber ich renn da außen rum. Jetzt nicht durch die Stadt, oder? Bandage, immerhin. Bondage, euer Mann. Bondage? Mein Seel. Alter, was ja alle schon für Sachen drauf zu ohne ist. Bitte, das war jetzt... 10 Minuten, oder ich weiß nicht, 20 Minuten rumlaufen. Und... Ja, bis auf den Südmauer und ist jetzt keinen getroffen, oder? Nein, nein. Das war eh der UFC. Na, oh ja, wir haben den... den Chopper haben wir. Genau, den XRS irgendwas. Der UFC lockt sich grad ein, er wird sich wundern, warum er tot ist. UFC? Ey, wir könnten ihn nochmal umheißen... Ah, ja, stimmt. Ich dachte, der spawnt jetzt an der Stelle, aber wenn er umgeheizt worden ist, genau. Ja, und jetzt irgendwo. Spawnt er irgendwo Ur-Fail, oder? Ur-Fail. Ich frage mich, wieso er sich überhaupt ausgelockt hat. Vielleicht hat er dann diskonnectiert. Na, vielleicht hat er gemerkt, es kommen Leute und hat sich gedacht, safety first. Gehen wir mal in der Vlog. Ja, ja, anderen Mauer. Und wusste einfach nicht... Naja, er hat... er hat gesehen, dass wir außen waren. Da hat sich gedacht, aber es ist eh, am besten... er lockt sich innen irgendwo außen und wenn er... Da kommen die Chopper, da kommen die Chopper! Hurenkinder! Ich schau da vorne rein. Geil, so viele Zuchten an der Kreuzung. Achso, da war ich vorher, da ist nix. Schau mal hinten raus. Hier ist eine Tactical und zwei MP5-Max. Oben sind Cam-Lights. Im zweiten Stock ist noch Fail. Und im dritten Stock ist nix, oder? Ja, ich hab da eine Waffe gefunden. Schau mal, das muss bitte looten. Fall! Fall! Oh nein, 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 nein! Nicht glitschen, nicht glitschen! Oh! Okay. Entranging-Tool hab ich schon mal. UFC the dog, wer hat mich gekillt? Warte, wir suchen uns irgendeinen Namen... Warte! Warte! Warte, warte, warte! Engel! Eingesicht! Engel! Wer hat geschossen? Nee, ich hab die Zote da gekümmert. Gut. Jack, du bist gemein. Wir wollen nur ein bisschen böses Blut sehen. Ha-ha-ha! Boah! Ist euch auffall, dass ich heute schon selber, dass da immer alle auf Friendly spielen wollen, oder? Das ist jetzt immer ur-bös, wenn dich einer killt. Friendly Maze. Was? Alter, komm her. Was soll das da? Zote, Alter. Geh noch einen Schritt. Hä-ha-ha-ha-ha! Tja, Tja, Tja! Boah, zote! Hü-ha-ha-ha-ha! Hü-ha-ha! Hü-ha-ha! Hü-h-hen-en-sohn! Ah, hinter dir! Wer auch immer da gerade mit der Makarov heizt, in dem Anarchy-Outfit. Hinter dir ist eine Zute. Ja, und sie knüppelt dich. Naroks. Sie knüppelt mich nicht. Wer hat die Tropfen von euch? Jetzt streiten die Leute hinter der Naroks. War nett von euch, danke. Kann ich mich auch noch bananchieren. Bananchieren? Bananchieren? Alter. Flanschieren? Ich bin da drüben im Bus Stop drinnen. Eine Zute kommt rein zu euch. Zute kommen rein zu euch. Jack, du bist nur ein Bastard. Das ist volles böse Blut zwischen den zwei Clan-Membern. Wer ist da hinten bei der Bushaltestelle? Ich. Hab ich grad vorher gesagt. Oh, die schießt ja nicht neben mir. Er schreibt ein hart Remix Come Back, oder? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ehm. Roman ist grad raus. Roman. Der mag uns nicht. Leute, ich renn grad rein. Ähm. Ich renn noch mal zur Police Station. Machen wir das ganze mal ein bisschen spannender. Ich muss mal in einen Plattenbau oder so weiter. Ich brauche unbedingt gear. Ah. Sonst wird das... Ah. Ist geil. Irgendjemand von euch läuft fucke hier rum? Nice. Schöne, Mac. Du heißt das nice. Ah, ich hab nicht. Gnädel mit Bobidl. Ich geh mal da in die Schule rein, insofern man da rein kann. Oh, da schau, der Typ checkt sich denn mal. Weil er nicht Deutsch kann. Der, der Remix, oder? Hast du eine Finger von meinem Truck? Er hat nen Truck. Er hat gleich einen Stocki im Arsch, oder? Aber einen ganz hart. Oh, schau, der Remix schreibt sogar, We'll be back soon. Ja, das Lustige ist, der Remix weiß, wie es umgeht, weil er kein Deutsch kann. Verstehst du mit dem Eis, oder? War schon während der... ...in der... ...im... ...Hospital? Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwer hat's eingeschossen. Okay. Böse Action. Eis-Mafio. Könnt's euch nehmen. Ich hab schon. Okay. Wir haben immer was mit. Police Station... Oh, aber ich hat's gerade zurückgeglitscht. Wieder glitscht. Braucht wer Stunag Max? Steig's einmal. In der Police Station sind zweimal... Zweimal G36. Die 30er. Ja. Steig's einmal. Na, ich wär nicht warm. Steig's einmal. Die 36er. Ich hab keine Ahnung. Äh, es gibt 20er Moni. Aber keine G36er. Äh, doch. The fuck? Natürlich. Ja, die findest du für die G36er primär. Die 20er Rounds. Überhaupt nicht. Immer 30er. Das ist nicht normal. Nein, ich hab schon urofft 20er Rounds G36er gefunden. Oh, ich hab noch nie... Ich hab noch das Torex gehabt. Ja, du zockst doch nur einmal alle 1000 Jahre Warmer. Oh, scheiße, Zuta ist drin. Holy crap. Ich bin nur jedes Mal mit euch on, du Lappen. Ja, genau. Einmal alle 1000 Jahre nennst du jedes Mal Warmer. Weißt du, bist du voll Mogo. Ich glaub, dass du nicht so cool bist. Ich bin später ein Freund. Ich bin böse auf dich, du blöde Kuh. Oh, das bricht mir das Herz, Aura. PPS 43 ist hier. Ja, ich weiß, diese PPS und eben die Muni. Nur, du hast keinen anderen Crapzone. Ja, Starlings Blöd ist noch ein bisschen zu hart. Du musst schon, wenn dann sowas wie Doom verwendet. Das tut mir Kuh. Uh, PPS Mag. Nice. Und die Green Flare. Alter, weil ich nicht launche wieder viel. Die Flare sind so nice und gemacht. Scheiße, 80 Geräte rein. So, wo ihn käme, Alter. Die Stadt ist tot. Player ist eben besser als Player 80. Ja, doch, ich brauche noch Sachen. Ja, außer dem eben. Ich weiß nichts. Der Tel wird drauf. Da ist einer in der Police Station! In der Police Station! Ah, das bin ich. Was, 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 was? In your face. Ah, kein Meg. Steck alles rein an die Megs. Die 17 Meg, wenn wer braucht. Ah, haben einen Revolver. Hier ist der Revolver Muni noch irgendwo, oder? Wo die... Achso, nein. Hat schon wer genommen, okay. Der Revolver Muni hab ich schon genommen, ja. In der... Oh, da kommen immer mehr Zutten, Leute. Jetzt müssen wir langsam raus. Ich bin... Ich bin beim Office. Eine Tokare fliegt in den Feier. Oh, nein. AKM ist da. AKM ist da. AKM ist 40 Meg, ich fliegt da. Alter, ich kann nur nicht durchs Fenster durchschießen. Keine Angst, ich komme da dazu in die Police Station. Ich bin gerade rausgelaufen, Alter. Ja, ich auch. Kann ich nicht. Ich gehe mal Richtung Supermarkt, vielleicht kommt hier irgendein. Also, Police Station ist leer, da weißt. Police Station ist nur noch immer derselbe Crap, der gespawnt ist. Also, es ist nichts Neues aufgedacht. Kurze Moment, ich bin kurz... Scheiße, Alter. Ja, das geht jetzt nicht, Alex. Das ist richtig orsch. Wir hängen Zutten hinten dran. Ich steig in den Truck da ein. Dann gehst drauf. Ich glaube, das ist der Truck. Bist du da gerade irgendwo bei einem... Der Truck braucht nur Fuel. Wer ist auf dem Fahrrad? Dich. Okay. Oh, jetzt dachte ich schon, irgendein Nupler versucht mit dem Fahrrad abzuhauen, Alter. Gleich darauf heizen, Alter. Technik. Das Fahrradl. Das Fahrradl hat es auf Zeiten gehabt, Alter. Ist das noch irgendwer von euch im Office? Was habt ihr alles in der Police Station übersehen, Alter? Das ist doch alles Crap. Okay, bin wieder da. Der Truck braucht nur Fuel, Leute, gell? Wheels sind halt... Gelb. Vor allem, wenn ich schon ein hartes Stocki hab, dann nehmen wir nicht den Crap auf, Alter. Jerrycan hat da drin, Reinforcing, Toolbox, Pig-Aggs, stecke ich den hier rein. Hier ist ein Czech Backpack im Einkaufszentrum. Ähm... Der Wegweg liegt. Oh, und fressen. Also das ist ganz sicher der Truck von den Typen, die vorhin gestiegen haben. Ich gestiegen hat. Ein Deck von einem Truck. Boah, wo ist der? Wer stand gerade am Hafen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ähm, Einkaufszentrum, am Rand der Stadt. Noch eine Toolbox. Ich bin wieder bei der Tankstelle. Welche Richtung muss ich da laufen? Äh, das ist ich. Genau. Auf die andere Seite zur Stadt rüber. Nicht Richtung Industrial, sondern Industrial musst du im Rücken haben und einfach rüber laufen. Zur anderen Seite der Stadt. Ja, ich sprech' ne neue Flayer. Lauft hier gerade... Lauft hier gerade... Lauft hier gerade an der Wand? Passt. Wo? Ich bin da. Ja, passt. Da, wo die ganzen Flayers sind. Oh, Azute kommt rein! Ja. Jack hat die CS550. Da sind zwei Macs dafür. Ich hab die CS550 in der Police Station liegen lassen. Boah, eine... 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 M19L. Nein, er solltet mir eine Muni dafür. Ich lauf' in die Schule rein. Oh, das steht echt nice aus. Was hast du denn Weißen da gemacht? Hat wer eine Munition für eine M19L? Nein. Dann... Ach sooo... Egal, ich heb' mal auf. Ich find' das schon super aus. Schon super aus, ja? Voll. Denk' nochmal das Eck an, wo der Typ... Wo die Leiche vom Typen war. Cool. Voll. Der Stieg... Wer pfeffert mir da die Flayers hinterher? Welcher war ne? Hehehehe. Schaut echt super aus, Schatz. Die Leiche vom Typen ist noch immer safe. Und da hat sie nicht selbst gelooted. Hier ist ne S61 in der Schule. Ja, mach' ich aber. Ich bin jetzt ganz ehrlich im Überlegen. Wir haben g'schaut mit dem Dad, wo das ist. Das ist... Naja... Ein bisschen Arsch zu finden, aber... Mitro-Witzer, findest du? Wo man das... Wo man das... Wo man das hinfahren wollen? Ich weiß nicht. Ich hab' jetzt auch mal die Dinger angeschaut. Irgendwie gefällt's mir nicht so sehr. Wo seid ihr jetzt wieder? Na... Mit diesem... Mit diesem Aids rechnen. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Ich mein... Mit dem Stein drin sieht schon super aus. Aber sowas... Na egal, ich geh' jetzt mal in den Plattenbau. Der für mich der normale, weißt du was ich mein... Hier ist ne Alice Pack. Ich weiß nicht. Wo? In der Sporthalle. Äh... In... In... In der Schule. In der Schule sind zwei Alice Packs. Ja. Ich hol' mir auch grad ne Alice Pack. Einer im Gang, einer rechts, in der zweiten Tür, in der großen... Ich hol' ja. Der ist halt gegenüber vom Supermarkt, oder? Genau, beim Supermarkt ist gleich die Schule. Du siehst eh das Gelände von der Schule. Ja, ich bin jetzt in dem Plattenbau da links. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas find, aber... Schaut schlecht aus. Los? Hier ist irgendwie keiner. Da ist gar nix los, oder? Ganz ehrlich. Hier ist eine Asser 61 mit Muni. Genau. Ich brauch eine Waffe. Passt. Unten war auch noch eine. 90% BVP, my ass. Alter, ich brauch' unbedingt eine Waffe. Ich brauch' unbedingt einen Survivor zum Unheizen. Ich auch, oder? Unheiz dich, du noch immer auf 2500 Euro. Jetzt schon was zahlt. Ohhhh! Zäun, oder? Du zäust! Elle is back. Gib ihn. Alles mit deinem Coke mit. Zäusten hab' ich auch schon. Ohhhh! Guck mich! So, ich bin jetzt auch an dem Gelände drinnen. Ich weiß nicht, irgendwas finden wär's. Da kommen ein Haufen Warmer! Und alles umheizen! Seine Mutter! Knell! 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 Oh! GNG Panda spielt bei Tavianagard. Peschenek. 18 Meter. Ja, dann geh rauf. Mach's rauf schon. Ohhhh, der wurde geraped. Der ist ein bisschen zu nah herangegangen. Ah, ist ein helles Crack. Wie dauert das denn immer? Das haben wir doch schon gesagt worden. Wo ist noch ein Alice Crack? In der Schule. Ja. Ich bin in der Schule, aber wo? Ja, seine Mutter. Nein, du bist nicht in der Schule. Ich habe einen... Ich habe einen Rucksack. Ich habe einen Alice Crack aus der Schule genommen. Wir meinen nicht dieses kleine... Wir meinen nicht dieses kleine in das... Wer ist das Office Building? Sondern die große Schule. Die riesige. Die mit Sporthalle und so weiter. Wo ist die? Die ist genau bei der... Die ist genau beim Einkaufszentrum. Wenn du aus dem Einkaufszentrum rauskommst, siehst du so ein fettes umzäuntes Gelände. So ein zweistöckiges. Aber wenn du aus dem Office Gebäude, wo du gerade drin bist, vorne rauskommst, dann renn einfach weit in die Richtung. Aber im Office Building war eh auch ein Backpack. Aber dann habe ich... An dem Hotel und an der Statue vorbei. Ah, in die Richtung. Okay. An der Statue vorbei. Okay. Okay, gehen wir nach Bildgrad, Leute. Es ist jetzt Zeit, deinen Chopper klarzumachen. Nein, du wirfst nicht deine Flayer. Dann kann ich auch was werfen. Geht's mal alle in Deckung. Ja, ich seh euch. Jetzt machen wir jetzt eine Flayer-Office. In der alten Schule. Granate ist raus! Ich bräuchte alles Mögliche. Egal was. Ja, das werden die alle aufhören. Oh! Oh, da hast du sie vor sich hin. Ich sehe nichts mehr. Danke! Du Idiot! Oh! 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 Oh no, das falei, das ist doch unnormal. So viele für gar nichts. Boar! Watch! So, wo ist jetzt die Waffe? Ich hab's gesagt, oder das LSD, oder was auch immer, hauptsache irgendwas. Du bist Narox, meinst du? Ja. Komm her. Ähm, hier entlang, hier die Tür. Ich steh hier in der Tür rechts von dir. Warte kurz, da ist eine SA-61, gibt's noch ein Magazin dazu. Ja hinten ist das Mag. Brauchen wir noch ein kleines Channel? Narox, wer ist Narox? Ich bin Narox. Ja ich mein, wer bist du in Wien?